Rate.me, das Drei-Stufen-System für mehr positive Bewertungen Ihres Hotelbetriebes. Wer in der heutigen Zeit seinen Urlaub plant, stöbert fast immer zuerst im Internet nach entsprechenden Angeboten, bevor er eine Entscheidung trifft. Abgesehen davon, dass sich Ihre möglichen Gäste in der Regel nach einem günstigen Angebot umsehen, wird die Entscheidung einer Buchung aber trotzdem zum Großteil für ein Hotel ausfallen, welches vielleicht vom Preis her nicht unbedingt dem geplanten Urlaubsbudget entspricht, sondern einem kostenintensiveren. Einzig dadurch bedingt, weil das entsprechende Hotel bzw. der letztendlich ausgewählte Hotelbetrieb in den unterschiedlichen Online-Portalen eine dementsprechend gute bzw. hohe Bewertung durch zufriedene Hotelgäste erhalten hat. Deswegen sind Bewertungen auf Online-Portalen wie HolidayCheck, TripAdvisor oder Suva für Urlaubsanbieter sehr wichtig und essentiell. Zufriedene Gäste denken häufig nicht daran, Ihr Haus zu bewerten. Nicht zufriedene Gäste dagegen können Ihre Gesamtbewertung verschlechtern. Wie hilft Ihnen Rate.me? Rate.me sorgt für Übersicht Ihrer Bewertungen auf den wichtigsten Bewertungsportalen. Wichtige Gästerückmeldungen über Ihr Haus. Mehr positive Bewertungen und Vermeidung negativer Bewertungen auf Bewertungsportalen. Auf Wunsch die Bewertungen für Ihr Haus auf Ihrer Homepage. Rate.me sorgt dafür, dass Ihre rundum zufriedenen Gäste Ihr Haus, Ihren Hotelbetrieb weiter empfehlen. Durch Mundpropaganda, Social-Media-Plattformen und eben auf Bewertungsportalen. Eventuell Gäste, die nicht mit allem zufrieden waren. Rate.me sorgt dafür, dass Sie von dem Problem erfahren und alles mit einem Telefongespräch aus der Welt schaffen können. Wie macht das Rate.me? Rate.me sendet den Gästen Ihren Fragebogen, um die Zufriedenheit herauszufinden. Jeder Hotelier bekommt bei jeder Bewertung, die sein Gast abgibt, eine E-Mail. Gast so und so hat eine Gesamtbewertung von 97,9% abgegeben. Weiters erhalten Sie bei jeder Frage, die unter 60% positiv bewertet wurde, ebenso eine E-Mail. Gast so und so hat bei der Frage Sauberkeit und Wäschewechsel eine Bewertung von nur 58% abgegeben. Sind die Bewertungen über 90% positiv, erhalten die Gäste vollautomatisch ein weiteres E-Mail mit der Bitte, Ihr Haus auf Bewertungsportalen zu bewerten. Eine Bewertung pro Woche bedeutet 52 positive Bewertungen im Jahr. Sind die Bewertungen unter 90% positiv, Sie erhalten durch Rate.me die Angaben des Gastes per E-Mail. Nicht jeder Hotelbetreiber hat die nötige Zeit für Recherche zur Verfügung, um auf den verschiedenen Onlineportalen den Bewertungen nachgehen zu können. Rate.me nimmt Ihnen diesen wichtigen Arbeitsschritt ab. Und jetzt können Sie den Gast per E-Mail oder Telefon kontaktieren und den Grund der Unzufriedenheit besprechen. Womöglich wird sich dieser Gast durch Ihren persönlichen Kontakt wertgeschätzt fühlen und sich eventuell doch für eine positive Bewertung Ihres Hauses entscheiden. Rate.me sorgt dafür, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgaben im Hotel kümmern können. Sie erhalten alle wichtigen Informationen über Kundenbewertungen oder eventuelle Reklamationen und können dementsprechend darauf reagieren, um auch in Zukunft rundum zufriedene Gäste für eine positive Hotelbewertung auf Onlineportalen zu gewinnen. Mit unserer Rate.me Grundausstattung, Aufsteller für die Rezeption, Aufsteller für das Zimmer, Eine Karte, die Sie dem Gast bei der Abreise mit einer kleinen Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel einer Schokolade an der Rezeption übergeben, wird der wiederkehrende Gast Ihre Aufmerksamkeit schätzen. Vermitteln Sie einem neuen Gast schon während des Urlaubes, Sie sind uns wichtig. Ihre Meinung zählt. Es geht um Ihr Wohlbefinden. Und durch ein kleines Geschenk zum Abschied, wer kann da schon eine Bitte ausschlagen? Die Bitte um eine Bewertung Ihres Hauses auf Onlineportalen. Rate.me. Wir sorgen für eine positive Bilanz Ihrer Bewertungen.